Irgend und wie benutze ich irgendein? Zuerst sehen wir uns die Wörter an. Irgend, irgendein, irgendjemand, irgendwelche. Und mit den Fragewörtern? Irgendwer, irgendwann, irgendwo, irgendwohin, irgendwoher, irgendwas, irgendetwas, irgendwie. Einige Beispiele. Wo ist sie? Sie ist irgendwo hingegangen. Das Wort Irgend beschreibt, wenn man nicht genau weiß, wohin eigentlich, wer eigentlich oder was eigentlich. Wenn wir also sagen, sie ist irgendwo hingegangen, heißt das, sie ist irgendwo hingegangen, aber wir wissen nicht genau, wohin eigentlich. Das heißt, Irgend ist unsicher, unklar, etwas. Schreibt einfach unten ein paar Beispiele, die kann ich dann korrigieren. Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020